Die Menge an Daten wächst rasanter als je zuvor und die Kunden suchen nach Wegen, um ihre Infrastruktur auf den neuesten Stand zu bringen und den sich wandelnden Geschäftsanforderungen gerecht zu werden. Diese Reise führt Sie unweigerlich in die Cloud. Rubrik beschleunigt die Umstellung auf die Cloud durch vereinfachte Archivierung, optimierte App-Migration und vereinheitlichte Datensicherung in Multicloud- und Hybridumgebungen. Werfen wir einen Blick auf die Archivierung in der Cloud. Cloud Storage ist kostengünstig, zuverlässig und ausfallsicherer als herkömmliche Langzeitspeicher. Rubrik automatisiert das Daten-Lebenszyklus-Management, das heißt, wir archivieren die Daten automatisch und entfernen sie am Ende der Aufbewahrungsfrist entsprechend den Bestimmungen der Datenschutzpolicy. Wie sieht die Cloud-Migration und Recovery im Detail aus? Mit Rubrik erstellen Sie Self-Service-Apps oder Point-in-Time-Kopien in der Cloud für Test- und Entwicklungszwecke, ohne die Produktionsumgebung mit Cloud-On zu beeinträchtigen. Nutzen Sie die flexible On-Demand-Instanzierung zur einfachen Wiederherstellung oder zur Migration. Und abschließend, wenn Sie IaaS und PaaS Workloads in der Cloud ausführen, muss deren Schutz und Management für diese neue cloud-native Welt geeignet sein. Der Schutz von Daten mit veralteten Lösungen und cloud-nativen Tools schafft betriebliche Komplexität und es fehlt an Kontrolle und Transparenz. Während sich Unternehmen darauf konzentrieren, schnell in der Cloud zu arbeiten, müssen sie sicherstellen, dass ein Baseline-Backup vorhanden ist und dass alle Daten sicher und ausfallsicher sind. Die Lösung von Rubrik wird als Software-as-a-Service bereitgestellt, um den Datenschutz zu verwalten, für Resilienz auf Datenebene zu sorgen und Ihrem Unternehmen Kontrolle und Transparenz zurückzugeben. Sie sehen, Rubrik sorgt für ein nahtloses Management und einen lückenlosen Schutz Ihrer Daten in der Cloud.